Nein, nein, nein! Ähm... Hilfe? Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja, wir haben es jetzt geschafft, das Lift-Rätsel war gar nicht so schwer. Ja, nur mein Kopf war wieder mal kaputt. Was ist hier drin? Und haben wir die Fernbedienung noch? Ja, wir haben die Fernbedienung noch, sehr gut. Taschenlampen haben wir leider verloren. Krieg ich doch rein, bitte. Nein, kann ich da nicht mehr zurück. Nein, nein, ich kann nicht mehr zurück. Ähm, Leute, ich... Das mag ich sonst noch mal nicht, aber noch mal zurück zum Kontrollpunkt. Ich möchte nichts übersehen. Verdammt, das ist ein Kontrollpunkt. Tja... Wahrscheinlich gab's da hinten was... Besonderes. Egal. Haben wir Pech gehabt. Ähm... Hier müsste irgendwie den Strom... ...aus der Badewanne entfernen, soweit ich das sehe. Oder warte, 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 warte. Bessere Idee. Möchtest du ihn elektrisieren? Ah ne, der wird ja nicht zu mir kommen. Mh... Hier ist trocken. Ah, ich brauch den Sessel. Liebe Dame, ich brauche ihren Sessel. Kann ich den kurz haben? Aaaaah! Ja, tot durch... Weiß ich nicht, was das sein soll. Mikrowellenstrahlung. Frauenrülpser. Kann ja noch. Die müsste ich hier irgendwie in den Strom locken. Aha. Kommen Sie her, junge Dame. Ja, toll. Jetzt sieht doch der Strom aus. Naja, den Fernseher brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur den Stuhl. Hallo? Nehmen wir ihn doch. Ach, der ist zum Ziehen. Okay. Ja, 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 ja. Die moderne Gesellschaft. Die lässt für den Fernseher alles stehen und liegen. Alter. Ach, ich dachte gerade, ich habe den ausgeschaltet. Was ist, wenn ich den ausschalte? Ich traue mich nicht. Aber ich kann gar nicht näher ran. Hallo? Ah! Oh Gott, oh Gott. Ich dachte nicht, dass die mich bemerken. Okay. Ja, lassen wir die. Okay. Aha. Aha. Ja. Keine Ahnung. Ob das richtig war. El Stromo. Im Wasser. Da drüben ist der Schalter. Ja. Wie komme ich zu dem? Ah, da ist eine Luke. Eine Luke. Wie komme ich zu der Luke? Wie komme ich noch? Komme ich gar nicht mehr raus? Ich komme nicht mehr raus. Das Bild von dem Hund an der Wand. Aber es scheint ein Spielwarengeschäft zu sein. Hier. Der Einkaufswagen. Den kann man sicher schieben, oder? Ja. Der Einkaufswagen. Den kann man sicher schieben, oder? Ja. Ja. Jetzt. Kommen wir da hoch. Ja. Kommen wir. Ja. Okay. Näher ran. Näher ran. So. Hm. Mann. Perspektiven und ich. Bleibt es aus? Aha. Ja. Ich hätte das Licht noch nicht ausmachen dürfen, oder? Oder? Ja. Naja. Anscheinend. Anscheinend habe ich es falsch gemacht. Anscheinend habe ich es falsch gemacht. Kann man das wegziehen? Nicht. Ja, aber jetzt ohne Strom geht ja auch der Fernseher nicht. Ist jetzt irgendwie blöd. Ah, ach so, ja, 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 ja. Warte, das heißt, ich kann den Strom auch wieder anschalten. Das heißt, ich kann auch in das Kinderzimmer, oder Zimmer halt, während der Strom läuft. Ich starte mal wieder ein. Jetzt hier irgendwas Verstecktes. Nee. Schade. Schade, schade. Aber wir haben es versucht. So, jetzt Strom aus, dann den Einkaufswagen nach unten schieben. Ah, jetzt weiß ich viel, was das Zimmer da ist. Um den Strom wieder anzukriegen. Oh. Hoppla. Nicht so schlau. Nicht so schlau. So. So. ich will sie kann sich gut hingekriegt von dem einkaufswagen muss ich sagen bei lassen mich Bitte. So. Ungefähr. Oder wie, oder was. So, oder? Mal testen. Kriege ich das hin? So ganz realistisch ist es ja nicht, dass man auf dem Einkaufswagen keine Gewicht kriegt. Denn... Naja, okay, der Gummibalzen, ne? Wahrscheinlich reden sie es darauf hinaus. Aber wäre das Wasser jetzt ein bisschen zu hoch, dann würde der Strom ja auch auf das Gehäuse von dem Einkaufswagen überschlagen. Und mich grillen. Ne, denkt mal drüber nach. Ich habe halt Angst, dass ich den Sprung nicht hinkriege. So vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, sieht gut aus. So nehmen wir das. Jetzt gehen wir über das Zimmer wieder zum Schalter und mit dem Schalter machen wir den Strom an. Ja, läuft alles nach Plan. Ach, was mache ich denn? Ach, das ist falsch. So. Ah, noch schön beleuchtet. Oh Gott. Mein Gott. Nein, 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 nein. Bitte, es ist gespeichert jetzt. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Nein. Alles nur, weil ich zu dumm bin, um zu springen. Was? Was? Was ist da los? Was passiert? Hilfe. Leute, 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 Leute. So. Nein, 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 nein. Ähm. Hilfe? Das gibt's ja nicht. Echt? Echt? Stell dich niemals vor, ein Objekt, das du bewegen kannst. Also. Neuer Versuch. Also echt krass, 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 krass. Ich finde die Worte nicht. Und. Nein. Vielen Dank. Ja, rüber da. Komm. Kann man nicht einfach speichern, wenn man es so weit hat. Hier. Hier vielleicht einen Speicherpunkt setzen. Ja, du hast es geschafft. So. So. Wo müsst ihr hinhauen, oder? Da vielleicht noch ein bisschen... So. Hüpf. Hüpf halt. Aha. Ja. Ja. Also. Jetzt soll es eigentlich klappen. Komm durch. Da muss er durch. Der kleine Lurch. Strom. Strom. So. Einmal. Zweimal. Wieso nicht gleich? Yo, Leute. Ähm. Nicht reingehen. Oh. Oh. Mein Gott. So. Yo, Leute. Damit verabschiede ich mich von der Folge. Von euch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es euch gefällt. Lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Und abonniert meinen Kanal. Kostet nichts. Und macht trotzdem Spaß. Tschüss. 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 Vielen Dank.